hallo ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich habe heute einen nach teneriffa endlich wieder ich habe ein drogeriemarkt im hall für euch und habe noch ein paar rossmann artikel dazu geholt weil ich halt irgendwie gar nicht mitbekommen hatte dass es halt 25 prozent auf ganz ganz viele sachen gibt und ich bin etwas erkältet ich weiß gar nicht warum aber die ganze klimaanlagen luft in dem zimmer und so weiter hat mich irgendwie total kaputt gemacht ich bin sehr froh wieder zu hause zu sein der urlaub war sehr sehr schön ich habe auch auf instagram unter jenny what else youtube könnt ihr sehr gerne auf instagram mehr folgen habe ich super super schöne bilder hochgeladen in den stories ich leite jetzt aber demnächst auch noch welche hoch in die praktisch unten ganz normal ins feed rein damit ihr praktisch da auch mal ein bisschen was mit anschauen könnt teneriffa war sehr sehr schön als schwanger leider sehr sehr anstrengend da meine übelkeit ja immer noch nicht so wirklich verschwunden ist also es kommt mal tageweise immer noch zurück ich habe euch auch diesen make-up look praktisch auf instagram jetzt hochgeladen mittlerweile ich habe den zusammengestellt aus dieser night and day revolution pro palette gemacht wunder wunderschöne palette kann die nur empfehlen kostet 13 euro ich verlinke euch mal das video beziehungsweise das hall video hier oben oder den gab den zweiten teil davon da könnt ihr sehr sehr gerne euch mal den hall reinziehen wie wie schön die sachen eigentlich ausgesehen haben und ich habe wie ihr seht meinen alten hintergrund wieder zurück weil ich einfach damit doch mehr zufrieden war ich habe das babybett praktisch zu meiner linken gestellt in eine ecke wo halt keine heizung keine zugluft drankommen kann die katzen haben praktisch einen sonnenplatz anders am fenster bekommen fand es irgendwie sehr sehr viel schöner und ich zeige auf jeden fall was ich in der drogerie nachgekauft habe weil es ist ganz ganz komisch gewesen in teneriffa gab es überhaupt keine drogeriemärkte was ich vollkommen schockierend fand ich weiß gar nicht wie schminken sich die leute in spanien es gibt da ich glaube die eine einzige marke die ich dort noch nicht kannte war rimmel da habe ich jetzt früher viel mehr von hier gesehen aber das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr so in stuttgart und deutschland allgemein ist ein bisschen wenig und habe jetzt halt ganz viele sachen nachgekauft und habe jetzt zum beispiel auch les entdeckt die ich jetzt in teneriffa noch nicht mal auf dem schirm hatte weil wir haben uns gut gehen lassen es war eine wunderschöne entspannte zeit gemeinsam und ich zeige euch jetzt auf jeden fall was ich nach unserem urlaub mal im dm eingekauft habe ich habe zwei volle tüten und zwar es ist wirklich so wenn ihr halt aus dem urlaub zurückkommt euch fehlen die simpelsten sachen also wirklich teilweise weichspüler ist alle weil ihr plötzlich fünf komplette volle tonnen voll wäsche habt zu hause also wer ich weiß nicht ich bin nicht so der mensch der zb aussortiert oder so ich möchte eigentlich lieber nuki nuki ist auch wieder zu hause die waren in betreuung bei meiner schwiegerelte bei der schwiegermutter und beim papa und es hat auch sehr sehr gut geklappt beim nuki habe ich mir immer wahnsinnig viele gedanken gemacht weil er halt so so klein ist und mein papa halt so mit hunden nicht so viel kontakt hat aber er hat das super gemacht muss ich sagen zweiter umhofe daddy und auf jeden fall ich habe wirklich ganz ganz normale ganz schlichte produkte nachkauft sogar sachen für die hygiene zum putzen und so die ich mittlerweile aber schon im bad stehen habe das erste was mir hier was ihr hier auch seht hier am hals zum beispiel ich habe auch hier unten das war richtig knallrot habe ich eine richtig starke allergische reaktionen bekommen auf dieses wasser in teneriffa nicht das meerwasser und auch nicht das wasser im pool sondern dieses wasser was in den leitungen zum duschen und zum zähneputzen war zum zähneputzen muss ich sagen habe ich oft auch unser normales wasser die vital flaschen gekauft die ich beim supermarkt hatte weil ich mag das eigentlich nicht so weil ich habe meine zähne relativ gut sauber gekriegt ich habe die auch ziemlich stark gereinigt und reinigen lassen vorher weil ich mag halt keine gelben zähne und dadurch dass ich schwanger bin muss die hat einfach echt wirklich gucken dass ihr sehr sehr gut mit euren zähnen umgeht weil man sagt ja oft eine schwangerschaft verliert man ein zahn ich möchte ja kein zahn verlieren weil das sind ja meine eigenen das heißt ich müsste dann durch falsch ersetzen oder durch porzellan zähne und das kann sieben acht kosten habe ich gar keinen bock zu und mir hat so so stark wir haben wirklich wasch mit waschzeug dabei gehabt und mein sanftes feeling von bb sanftes peeling vom bb ist ausgegangen das hatte ich mal ganz zufällig in einem tausch paket bekommen gehabt vor etwa eineinhalb jahren und das ist für mischhaut und ölige haut wir benutzen das beide das ist wirklich ein sehr sanftes peeling da habt ihr ganz ganz zarte kleine körnchen ich weiß noch nicht ob ich die zeigen kann das ist sehr milchig ich hoffe ich weiß nicht ob wir das sehen könnt also eher nicht das ist sieht er sehr milchig aus ist aber mit ganz ganz feinen körnchen versehen ihr habt somit praktisch nicht so den hardcore brubbel effekt ich habe auch durch die schörerschaft starke pigmentierungs problematiken bekommen was ich glaube einfach ganz normal ist also ich denke mal jeder hat unterschied ich habe auch zum beispiel hier unten noch pickel bekommen ich mache mir jetzt aber nicht so stark viele gedanken weil das sind das ist glaube ich was ganz normal ist das ist ganz unterschiedlich dann habe ich auch furchtbar trockene haare bekommen ihr müsst euch einfach vorstellen egal was man über deutschland meckert aber die qualität der hygieneprodukte der drogerie und auch die preise teilweise leute wir haben dort für eine nivea dusch creme dusche fünf euro zu zahlen gehabt wir haben eine nachgekauft an einem anderen supermarkt da haben wir noch zwei euro bezahlt aber um eure touristischen hotels rum zahlt ihr wirklich fünf euro für nivea duschen also da kriegt ihr echt einer der klatsche und die günstigeren wollt ihr halt nicht nehmen weil die einfach ihr kennt diese marken halt nicht und ich habe mir wieder ich glaube das vierte oder fünfte mal schon die fructis pflegende banane her food maske gekauft ich finde die so so gut ihr kennt die bestimmt ich versuche sie einmal ansuchen das ist eine ganz ganz tolle maske die kennt ihr bestimmt die her food maske haben wir habe ich jetzt schon das x-te mal nachgekauft die riecht unglaublich nach banane ich habe die sorte banane her food immer das ist für natürliches ist für natürliches haar gefühl und für trockene haare ich habe jetzt auch zum spiel leichte schuppen da oben bekommen weil ja hormonell also ihr seid echt gearscht als schwangere weil vieles sich einfach total normalisiert wie zum beispiel ich habe jetzt nicht mehr so stark öliche haut aber viele dinge verändern sich dann halt doch dann habe ich noch zur für unsere wäsche weil wir haben auch für unser kind weil wir wissen noch leider nicht ich bin jetzt in der zwanzigsten schwangerschaftswoche nicht ob wir ein jung oder mädchen bekommen ich habe aber bei euch für nächste woche beziehungsweise doch nächste woche doch für nächste woche einen baby primatrol vorbereitet und beziehungsweise ich weiß noch gar nicht vielleicht nächste woche doch nächste woche und da zeige ich euch mal einen einkauf wo ich ganz ganz tolle neutrale sachen gekauft habe was ich halt auch irgendwie voll cool finde ich zum beispiel ich bin halt so eine ich mag sehr schlichte und sehr einfache babykleidung die man gut heiß durch waschen kann die man halt säubern kann am anfang sind sie halt können sie sehr wohl sehr hell werden später wäre es besser wenn die etwas dunkler werden die klamotten weil umso mehr karotte und was sie nicht alles essen dann und ich habe hier einmal das vernell aromatherapie balsamöl und orchidee das hat mir damals schon sehr gut gefallen da was ich dann die ganzen decken durch von den katzen vom hund und da komme ich persönlich super mit zurecht das habe ich zweimal gekauft dann habe ich eine neue oh mein gott die riecht so gut das ist die flüssigseife green matcha und zwar ist das so eine ganz ganz günstige nuki was machst du da rückwärts es ist eine ganz ganz günstige seife die kostet glaube ich boah nicht unter 1 euro ich glaube 70 cent oder so oder 55 cent ich kaufe die immer mit dem spender oben da weil ich stelle die eigentlich überall hin ich bin nicht so eine die jetzt zu viel seife kauft ich habe jetzt zwei im waschbecken im bad stehen und dann nehme ich zum beispiel mal tauscht es aus und stellt es in die toilette oder so und dann habe ich noch was geschenkt bekommen dort und zwar eine 2 in 1 dusche und shampoo für männer das hatte mir die damals an der kasse geben und was ich auch so vermisst habe meine augenbrauen ich meine ich habe die ja durch die leandra microblading also packet microblading bekommen habe aber mir diese augenbrauenformer vergessen nach teneriffe mitzunehmen leute ich dachte ich muss sterben also das war so schlimm ich habe immer irgendwo einen herumfahren ich habe sogar in der reisetasche irgendwo einen gehabt aber ich habe das irgendwie nicht mehr gefunden auf jeden fall leute das sind wirklich lifesaver ich finde die super und ich war immer begeistert von denen bis jetzt und ich muss einfach sagen dass diese pakete einfach super günstig sind ich glaube 2 45 oder so auf jeden fall mega dann habe ich noch eine zweite tüte und da sind jetzt auch ein paar rossmann items drin und zwar habe ich jetzt hier einfach ganz schlicht bb reinigungstücher gekauft die ich immer für mein gesicht benutze sie sind einfach wirklich die besten und die sanftesten und dann habe ich hier noch drei produkte gekauft die ich hier gefunden habe in aus einer limited edition und zwar beim rossmann und zwar habe ich mir diese luminous powder bronzer gekauft und zwar sind das so art kleine highlighter das ist so ein das ist jetzt eher so ein produkt den als bronzer über als topper also ich habe jetzt auch einen voll voll schönen highlight drauf das ganze make up besteht aus meinen monats favoriten dessen video auch irgendwann diese also jetzt heute ist ja sonntag da lade ich euch ja praktisch dieses der den dm haul hoch dann habe ich nächste woche den baby haul und sonntags müsste eigentlich andere monats favoriten für euch kommen ich werde wieder versuchen zweimal die woche hochzuladen die ganzen schwangerschafts updates sind auch schon alle fertig für euch ich habe jetzt alle fertig gestimmt in teneriffa und da kommt jetzt erstmal von 0 bis 12 dann von 12 bis 20 und dann geht es halt weiter einige dinge die mich auch noch so zwischendrin mal beschäftigt haben es wird auch mal eine kleine schrankführung geben ich zeige euch wir haben eine minimalistische ecke wir haben ein bett und werden auch eine wickelkommode zusammenbasteln und zwar aus meinem kommode und einem wickelaufsatz und so wie das alles mal fertig ist und irgendwie halbwegs vorzeigbar ist werde ich auf jeden fall darüber ein update geben wir haben uns einfach dafür entschieden euch daran teilzuhaben weil ich habe meinem freund darüber auch gesprochen er fand es jetzt überhaupt nicht schlimm ich habe mich halt für diesen weg entschieden dass ich sehr sehr gerne mal videos mache die community ist jetzt auch nicht so klein dass ich sage okay ich habe jetzt 50 leute die das sich anschauen ich denke make up ist immer noch absolut meine passion aber mein großer lebensinhalt wird mit meinem mann einfach unser kind sein ist egal ob männchen oder weibchen aber ich habe auf jeden fall dieses luminous ding mitgenommen und fand das so so schön ich habe mir das geswatcht es ist ganz ganz zartes könnt ihr also also nicht so ein zartes luminous und ich habe mir auch noch den hardcore highlighter gekauft davon ich swatchte mit absicht nicht das werde ich euch in favoritenvideo zeigen beziehungsweise in einem beziehungsweise ich swatch einen davon weil ich habe zwei davon einen werde ich mal in eine verlosung mit reingeben weil ich habe bei rossmann wieder 25 prozent auf highlighter und puderprodukte gehabt plus zehn prozent das hat sich natürlich für mich total gelohnt und hatte erst einen bei bei dm gekauft seht ihr das ist das ist die farbe 03 glazing sun ich finde den unheimlich schön ich habe absolut keine bedenken gehabt dass dieser eventuell ist ein bisschen zu dunkel aber momentan ist das überhaupt kein problem wenn ihr den aber so ein bisschen ausbaut seht ihr so ihr könnt ihn aber auch schier machen das heißt ihr könnt ihn auch sehr gut als als bronzer topper nehmen der etwas greller ist ich finde ihn sehr sehr schön und was mir natürlich wieder ins auge gestochen ist ist ein pinsel ich bin ja so obsessed mit pinseln und da habe ich jetzt auch noch ein paar von bh cosmetics gekauft die ich jetzt so gar nicht auf dem schirm hatte aber die waren fast 50 prozent reduziert da konnte die jenny natürlich nein sagen und zwar haben wir jetzt hier noch einen super schönen goldenen pinsel wunderschön catrice produkte sind für gewöhnlich etwas teurer aber ich finde trotzdem dass sie halt für gewöhnlich nicht schlecht sind es gibt jetzt auch ein ganz neues sortiment da bin ich aber noch nicht zum müller gekommen da werde ich mal nächste woche mit meiner vorne rüber stopfen dann habe ich noch so eine tonbeutel bekommen fand ich eigentlich ganz cool da stecke ich jetzt nuki und ila seine sachen rein wenn sie zum oma und opa gehen für uns ist es immer sehr wichtig dass unsere tiere halt ihre normalen essen sachen haben ihre spielzeuge und deswegen packen wir nicht alles ein dann habe ich ganz gewöhnlich weil ich einfach jetzt aus dem urlaub kommen die zahnbürsten herumlagen man weiß nicht sind die auf dem boden gefallen ja und nein habe ich zwei neue zahnbürsten gekauft dann habe ich noch drei pinsel gekauft und zwar einmal habe ich noch was entdeckt den fand ich ganz ganz hübsch das ist ein puder pinsel mit solchen kleinen blümchen drinnen also fand ich sehr sehr hübsch von ebelin da gibt es immer wieder mal so sponges oder irgendwelche brushes und dann habe ich hier noch bh cosmetics pinsel geholt die haben ich glaube statt sieben euro einer ich glaube nur drei euro gekostet oder so ich kenne die reihe schon und ich liebe diesen pinsel das ist und das ist der f1 also praktisch der größte das ist so ein bisschen so ein fest gebundener eckiger pinsel den nimmt ihr halt oft so etwas um das lose puder euch ein ins gesicht zu drücken ich finde aber auch gut dass er nicht so ganz so rund ist wie dieser hier zum beispiel der schon rund der schon ein bisschen schmaler gebunden so könnt ihr auch zum beispiel sehr sehr breitfächig auch bronzer ins gesicht drücken und dann habe ich eine habe ich leider aus meiner marmor reihe von meinem bh cosmetics set dieses marmorpinsel habe ich leider den brushpinsel weg schmeißen müssen weil der durchs waschen irgendwie gar nicht mehr richtig sauber geworden ist da sind die haare nicht mehr fluffig angetrocknet und ich habe mir jetzt einen perfekten brushpinsel endlich geholt das ist ein bh cosmetics v2 ist das glaube ich das ist ein brushpinsel der ist hier an der seite angeschrägt und ihr könnt damit so so toll und sehr sehr leicht eure blushes auftragen damit es halt nicht so ganz so puppenhaft aussieht dann habe ich mal etwas mitgenommen was ich eigentlich mal für unser kind testen möchte und zwar es gibt ja diese water wipes das sind ja praktisch tücher einfach in wasser getränkt ich möchte aber jetzt nicht zu faul sein ich möchte eigentlich zu hause waschlappen und wasser und mandelmilch benutzen ich möchte jetzt zu hause schon nutzen dass ich jetzt praktisch fließend wasser zu hause habe und ich möchte eigentlich feuchttücher nur benutzen wenn wir unterwegs sind oder mit dem kind eis essen gehen oder so dann ist halt einfach blöd wenn ihr halt was schwachlappen auspacken mitten irgendwie im restaurant oder so ich habe meistens immer eine halbe packung tatsächlich dabei weil ich auch auf öffentlichen toiletten es hasse dieses klopapier von da zu nutzen hi nuki hi baby ja nuki ist auch wieder am start nuki ist auch wieder am start er macht sich großartig er macht er ist schon sauber außer wenn er wir sind uns noch nicht so ganz einig sollen wir ihn kastrieren lassen oder nicht wir finden ihn einfach zu süß um ihn kastrieren zu lassen wir haben auch gesagt wir warten jetzt einfach mal seine charakterliche entwicklung ab aber bis jetzt macht er sich eigentlich ganz gut außer dass er den katzen furchtbar auf den keks geht und jetzt haben wir gesehen dass baby love praktisch recht günstige feuchte tücher hat mit 99 prozent wasser und wir testen jetzt gerade mal so an uns aus und waschen uns selber damit mal die finger und so wir haben immer in der ganzen wohnung immer was rumliegen davon wir benutzen diese feuchte tücher wenn wir halt günstig welche bekommen auch um zum beispiel von den katzenklos mal zu säubern weil die machen doch den tag über sehr sehr viel dreck dann haben wir für den mark also für meinen freund die balea man sensitive tagescreme die benutzt er immer bevor sich das haus verlässt oder so weil er einfach findet dass das halt seine haut irgendwie nicht so austrocknet das hat er früher bevor es mich gab noch nicht benutzt aber jetzt mittlerweile tut er das dann habe ich für die chinchillas also das sieht jetzt das ist kein chinchilla das ist ein meerschweinchen haben wir so halt herausgefunden dass sie das halt total gern mögen das ist dieses menü für meerschweinchen und für häschen bei häschen sind andere kräuter drin da mischen wir das in einen eimer und das ist getreidefrei das ist halt sehr wichtig bei nagern das sind keine leute keine tiere die brot ähnliche substanzen wie weizen oder so verarbeiten können und somit achtet einfach darauf dass ihr getreidefrei füttert das ist sehr sehr wichtig die packung kosten 1,99 ist nicht günstig aber tut es orientieren zu liebe meine chinchillas sehen super aus haben wirklich tolle haare und chinchillas sind sehr empfindlich glaubt mir dass ich habe sehr sehr viele davon gehabt ich habe noch fünf restbestand von fünf ich hatte mal 40 davon wir hatten ein eigenes zimmer dafür ich habe teilweise sehr sehr schöne nachzucht gehabt ich dann noch weitergegeben habe und sind sehr sehr ist ein sehr gutes futter das benutze ich jetzt bestimmt schon fünf sechs jahre chinchillas habe ich jetzt siebeneinhalb jahre eigentlich fast so lange wie ich meinen freund jetzt kenne und muss ich einfach sagen mir gefällt das super ihr könnt das für hase kaninchen es ist meines erachtens auch scheiße egal ob ihr kaninchen oder hase habt die müsst ihr einfach schauen bei meerschweinchen zum beispiel sind zum beispiel karotten drin bei hasen dann halt andere kräuter aber schmecken tut es eigentlich fast alles denne gleich und dann haben wir noch zwei komplett banale dinge sind einmal meinem freund sein haarspray mein freund geht niemals ungestylt aus dem haus was ich auch sehr liebe ist ein sehr gepflegter junge mann und wir haben hier das tough power haarlack und zwar in der xl größe das hat ein bisschen weniger kostet ich glaube 1 55 da war aber mehr drin davon habe ich zwei gekauft weil er einfach nach dem urlaub oder der hasst das wie die pest wenn die haare einfach nicht sitzen und was ich jetzt zum beispiel sehr 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 gut finde ist diese zahnpasta das ist die don to dent black shine ich hoffe dass ich das angezoomt krieg für euch das liegt ein bisschen am licht und an der kamera einstellung das dauert jetzt wieder bis ich das bisschen auf drauf habe so aber wenn was ist die black and shine die kostet glaube ich nicht mal 70 ich glaube unter 1 euro auf jeden fall ich habe da wieder zwei drei stück von gekauft die liegen bei uns in der schublade spart nicht an eurer gesundheit spart aber nicht auch an der qualität ich bin aber von der total begeistert wir hatten schon blender denn wir hatten l max wir hatten alles mögliche und muss einfach sagen dass ich also ihr seht ja ich habe es ja wirklich anständig gepflegte zähne und achtet auch wie gesagt auch sehr darauf weil ich finde einfach es unheimlich wichtig wenn man auftritt egal ob man das hat jetzt auch gar nichts mit social media zu tun weil so hardcore bin ich jetzt hier nicht unterwegs aber einfach ein gutes aussehen und gerade zum beispiel auch ein gutes lächeln finde ich macht sehr sehr viel auf bei leuten und das war gesagt wie war mein nachurlaub dm haul ich hoffe wie gesagt dass ich das sehr viel spaß gemacht habe ich werde wieder regelmäßig kommen ich werde wieder mehr zeit haben ich muss aber auch sagen mir gefällt das set up hier viel viel besser mir gefällt das einfach viel besser ich muss jetzt ich habe jetzt mal das licht ein bisschen hoch gestellt ich denke das ist mir später noch mal runterhole und ein bisschen testen wie das mit dem licht am besten für mich klappt und hoffe wie gesagt dass ihr wenn ihr das video gesehen habt und es euch gefallen hat sehr sehr gerne einen daumen nach oben gibt und meinen kanal abonniert ich werde wie gesagt mein bestmögliches tun auch während der schwangerschaft immer für euch da zu sein ich werde niemals euch ignorieren oder so auf instagram ich schreibe mit ganz arg vielen da draußen ich kann euch eigentlich gar nicht wirklich aber irgendwo kenne ich dann euch doch neulich habe ich mit einer abonnentin zum beispiel sehr sehr lieb geschrieben die ist gerade in holland gewesen wir waren ja in teneriffa jetzt auch schon mit dem hotel nicht zufrieden also ich habe halt leider unnormal gebrochen dort das zimmer war die putzfrauen dort waren wahnsinnig charmant total süß also die haben uns sehr 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 nett empfangen um die haben die zimmer auch wahnsinnig ordentlich gemacht aber wir waren halt von der schlichtheit dieses hotels etwas unbegeistert das wie gesagt das war einfach für uns wir haben sehr viel geld bezahlt das war einfach so wir fanden das hotel sehr schön aber ich fand jetzt für das geld ist nicht so toll und das essen war leider für mich viel zu stressig weil das war auch etwas was wir auch gesagt haben wir werden halt pauschal oder vermeiden wir werden möchten jetzt im nächsten ob wir in bali sind malediven also bali ist ein wunsch ziel von mir wir wollen nach thailand fliegen in zwei jahren mit unserem kind damit meine halbschwester auch mal ihre nicht ihren neffen kennen lernt weil ich finde das sehr wichtig weil familie ist familie und wenn ich hat nun mal in timbuktu welche hätte würde ich auch dahin fliegen das ist mit einem ganz kleinen kind etwas schwierig aber wir haben uns vorgenommen nach bali ist auch in drei jahren mal für mich ein ziel was ich möchte damit mein kind da auch was von hat sollte es halt nicht zu jung sein man muss auch geld sparen das ist so man sollte auch dann wieder arbeiten gehen ich werde nach einem jahr wieder arbeiten gehen da ich in dass ich nachtschicht bin werden wir einfach sehen wie es dann läuft ob wir die kita haben oder nicht ansonsten wird es verdammt hart weil ich komme dann nach der arbeit und stehe dann vor der arbeit weil mein kind dann am bett steht und ich möchte euch einfach ein ganz 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 dickes küsschen geben dafür dass ihr so viel geduld habt und ich werde auf jeden fall wieder zurück sein ich werde mal geschminkt mal ungeschminkt mir ist das ganz egal ich komme hier vor die kamera wie es mir passt wie es mir gefällt und ich hoffe dass ihr das einfach versteht dass hier ganz normale menschen sitzen ich verdiene da null cent daran hier zu sitzen und euch dreißen und voll zu labern mit sachen die ich einfach für zu hause brauche und hoffe euch damit anzustecken sozusagen zu sagen hey wenn ihr das gut findet schreibt mir wie gesagt immer wieder in die kommentare rein was ihr braucht und was ihr möchtet und tutorials werden auch wieder kommen sie sind nur gerade sehr viel aufwendiger für mich weil ich halt so viel scheiß hier rumfahren habe und muss jetzt einfach noch ein bisschen neues setup das licht wieder richtig hinstellen weil ich war ja komplett auf der seite habe jetzt die rollläden allerdings runter wenn ich die rollläden hoch hätte wäre natürlich noch mehr besseres licht das werden wir jetzt einfach austesten gemeinsam und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video wieder anschauen Untertitelung des ZDF, 2020